Schloss G, unser Notensystem, geht auf Guido de Arezzo ins 12. Jahrhundert zurück. Dessen Übung zur Unterscheidung von Ganz- und Halbtönen in unserem diatonischen System startet den vorliegenden Band mit dem Titel Schloss G. Wir kennen bereits den Violinschlüssel als G-Schlüssel, weil die Schnecke des barocken Symbols die zweite Linie von unten umschließt. Orchesterinstrumente kennen eine Reihe weiterer Symbole, die ähnlich dem Bassschlüssel unterschiedlichen tonalen Zentren zugeordnet sind. Die Klaviatur bezeichnet das eingestrichene C in ihrer räumlichen Mitte als Schloss C. Diese Festlegung beruht auf der Idee, zwischen den planen weißen und vertikal abstehenden schwarzen Tasten zu unterscheiden. Im C-Dur-Modus kommt man nicht aus dem Spielfeld der Ebene heraus. Die romanischen Länder Italien, Frankreich und Spanien benennen die Töne nach der Solnisation, wodurch die Modi der Kompositionen eher mit dem Heliozentrismus übereinstimmen. Wenn allerdings Sol zu Do führt, wie die meisten Liedanfänge, die mit einem Quatschsprung in die Tonika beginnen, bekäme die Sonne ihren gebührenden Stellenwert. Eine andere Erfahrung begegnet in der englischen Notensprache. Da unser Ton H alphabetisch die Reihe nach dem Buchstaben C fortsetzt, beginnen englische Notenlehren mit dem ersten Buchstaben A des Alphabets und entziehen sich damit der Logik eines Schloss C. Soweit einige grundlegende Überlegungen zur Systemdefinition. Einige zeitgenössische Didaktiker wagen es mit den Regeln der Notenhaltsrichtung pragmatisch umzugehen. Man kennt dies auch bei mehrstrophigen Liedern oder in der polyphonen Schreibweise, dass Regeln außer Kraft gesetzt werden. Ein Grund für eine Neuregelung ist der Stellenwert der Fingersatzangabe bei nordamerikanischen Notenschulen, deren Priorität bei John W. Schaum und Bastien bei Anfängern auf Kleinschrittigkeit und Überschaubarkeit beruht. Anfänger dürfen einige Zeit damit verbringen, die spiegelbildlich vertauschte Achsensymmetrie mit den gleichen Ziffern 1 bis 5 der Finger beider Hände einzuüben. Wenn die Notenhaltsrichtung zum Paradigma erklärt wird, kann dies als Unterscheidungsmerkmal beider Hände fungieren. Kinderlieder überschreiten in der Regel nicht den Zehentonraum. Hat der Pädagoge allerdings Eleven zu betreuen, welche nicht Blockflöte als erstes Instrument lernten, steht man oft vor der Schwierigkeit, dass sich Kinderstimmen schwer tun, sich an die Sopranlage des Violinschlüsseltonraums anzupassen. Soll ein Lehrer nun eine Hausaufgabe mit dem Musikunterricht eines Grundschülers bearbeiten, hilft es dem Schüler, die Melodie auf die zehn Finger zu verteilen. Die Mitte soll des Tonraums im Violinschlüssel entspricht der Daumenposition, analog der Konzeption der Taste C1. Damit erhalten Kinder eine intrinsische Motivation für den Instrumentalunterricht, womit sie immerhin Anforderungen allgemeinbildender Schulen entgegenkommen. Kleine Ermutigung, mit dieser Unterstützung gelang so manchen Schülerinnen die Empfehlung zu musikbetonten Oberschulen. Das Regelstudium ließe sich natürlich fortsetzen. Zum Paradigma wurde der Bezug der Halsrichtung zum Fingersatz der Hände erklärt. Als variabler Ankerpunkt wurde außerdem Schloss C die Position des G-Schlüssels erklärt. Einen Schritt aufwärts gelangen wir zum A und können komfortabel mit der linken Hand die schwarze Taste FIS erreichen. Vom G aus einen Schritt abwärts gelangen wir zum F und sogar auf den Grundton der F-Tonleiter. Wenn die Melodie wie bei altertümlichen Volksliedern innerhalb des plagalen Modus liegt, wird der Tonraum üblicherweise an den darunterliegenden Tetrakord vergeben. Eine Diazeuxis gibt es auch, nämlich einen zusätzlichen Ton, wenn sich beide Daumen nicht auf der gleichen Taste tummeln. Vom tiefen A bis zum hohen C reicht das Intervall einer tatsächlichen Dezime. Sonst vergeben wir einen Abstand durch Doppelbelegung. Mutige Jungs und Therapeuten für verschüchterte Sensibelchen bevorzugen auch tiefe Lagen wie die D-Position zur Charakterisierung großer Tiere mit Schuppenpanzern. In solchen Fällen wird das gedoppelte System des Bassschlüssels hinzugezogen. Alle Achtung! Wenn das große Schuppentier auch noch auf einen echten Ritter trifft, darf die Tonhöhe weiter vertieft werden. Wir sind in der tiefen A-Lage angekommen. Damit wir den Glauben an das Gute nicht verlieren, erhalten die Piraten aber nur die Position H. Johanna Niegel sei Dank! Nach einigen Doppelsystemen kann sich der eine oder andere auch schon mal die Akkorde der Lieder anschauen. Vielleicht gibt es einen netten zweiten Spieler, der sich mit an das Instrument setzt. Bei drei Systemen braucht man streng genommen zwei Instrumente. Da dieses Buch für kleine Anfänger konzipiert ist, sollte es kein Problem darstellen, das obere System mit dem Thema um eine Oktave nach oben zu transponieren. Da die Anforderungen an den Begleiter unterschiedlich ausfallen, wäre somit Gruppenunterricht vorstellbar. Den musikalischen Abschluss bildet ein zweistimmiger Satz im Bassschlüssel. Fis-Moll ist die parallele Molltonart zu A-Dur. Wenn man die Achteltriolen der Blues-Phrasierung auf einen gemeinsamen Nenner zum Vierertakt bringt, entsteht ein Zwölf-Achteltakt. Genau genommen müssen sich die Längen und Kürzen deutlich unterscheiden, weil dadurch der für den Blues typische Dampflokomotiven-Gestus entsteht. Vielleicht findet sich ein Lehrer, der diese Anweisung als Arbeitsauftrag weitergibt. Auf der vorletzten Seite befindet sich ein analoges System zur Säumisation, das die Problematik der Halbtonschritte mittels Silbenbildung versprachlicht. Das könnte den romanischen Ländern dabei helfen, von der Fixierung auf die weißen Tasten der Klaviatur wegzukommen. Zur obligatorischen Belohnung gibt es am Schluss den sogenannten Roscius-Orden. Dieser Cicero-Text gilt als Aufforderung, sich nicht durch die an Erreichung negativer Aufmerksamkeit orientierte Medienpolitik vereinnahmen zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017